Niederbayern 100.de. Die 100-Sekunden-Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Gültner in Eckenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Die Boulevardpresse feuert weiter gegen den Regner-Landrat Adam. Anlass ist noch immer die Sex-Affäre des homosexuellen Landrats. Auf ihrer Homepage titelt die Bild-Zeitung heute die Ausraster des Sex-Landrats. Adam wird in dem Artikel als Landrat dargestellt, der, Zitat, keinen irren Streit mit wem auch immer scheut. Dann fragt die Zeitung scheinheilig, wer dem Politiker etwas Böses will. Wie schon gemeldet, sieht sich der Regner-Landrat als Opfer einer Schmutzkampagne. Im Landkreis Rottal-Inn ist ein Gewässer durch eine Biogasanlage verunreinigt worden. Mal wieder. Silo-Sicker-Säfte sind in ein Nebengewässer der Kolbach bei Ganghofen gelangt. Bei einer Routinekontrolle wurde eine Verpilzung entdeckt. Ob es zu einem Fischsterben kam, ist noch nicht klar. In Land zutzt ein älterer Mann mit einem falschen Gewinnspielversprechen um 400 Euro erleichtert worden. Ein angeblicher Rechtsanwalt hatte telefonisch einen Gewinn von 18.000 Euro angekündigt. Allerdings sollte der Landshuter 400 Euro für einen sicheren Geldtransport locker machen, was der Mann auch tat. Als der angebliche Anwalt noch mehr Geld verlangte, wurde der Landshuter misstrauisch und rief die Polizei. Ein Gigant hat Simbach am Inn erreicht. Es handelt sich um einen riesigen Transformator für das Umspannwerk Simbach. Gebracht wurde der Trafo mit der Bahn. Die letzten Kilometer zum Umspannwerk ging es mit einem gigantischen Schwertransporter. Wichtig ist der riesige Transformator für die Energiewende. Pendler aus Niederbayern in Richtung München haben heute länger auf der A92 gebraucht. Bei Freising hatte der Reifen eines Lasters zu brennen angefangen. Geladen hatte der Lkw tonnenweise Papier. Die Feuerwehr war aber schnell und konnte verhindern, dass die Flammen vom Reifen auf die Ladung übergriffen. Wegen des Einsatzes kam es vor dem Kreuz Neufahren zu einem kilometerlangen Stau. Die Landshuter Stadtkomik-Reihe bekommt Zuwachs. Nun gibt es den fünften Band der Landshuter Stadtgeschichten. Diesmal geht es um Kriegswirren, die Hexenverfolgung und das Studentenleben. Den neuen Landshuter Stadtkomik gibt es bald in der Tourismusinformation und im Buchhandel. Aktuell informiert auch unter radio-trausnetz.de